Hallo, in diesem Video möchte ich euch VirtualBox vorstellen. VirtualBox ist eine Virtualisierungslösung. Das bedeutet, ich kann in VirtualBox unterschiedliche Betriebssysteme hinein installieren, unabhängig von dem Betriebssystem, das ihr hauptsächlich nutzt. Das heißt, VirtualBox gaukelt dem Betriebssystem vor, ein Computer zu sein, Hardware zu sein. Und das funktioniert sehr zuverlässig und sehr gut. Gut, eins vorweg noch, es gibt Leute, die offensichtlich nicht in der Lage sind, eine Webseite ordentlich zu lesen, denn die behaupten, VirtualBox sei kostenpflichtig oder so, aber das ist absoluter Quatsch. VirtualBox ist, wie hier steht, Open Source Software unter der GPL V2. GPL V2, General Public License, bedeutet free to use, frei zu nutzen, frei zu verändern, alles frei. Das kann ich jederzeit einsetzen. Aber gut, ich kann das natürlich hier auf der Webseite herunterladen. Unter Linux Mint ist das nicht notwendig, es sind den Anwendungspaketquellen. Jetzt hier unter Mint Mate schaut es nicht ganz so hübsch aus, wie ihr seht. Aber gut, das ist halt Mint Mate. Ich habe hier eine schwache Maschine, deswegen habe ich da nicht Cinnamon installiert. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier auf Neu gehen. Ihr seht schon, in dem wäre jetzt Neu hier. Unter Windows wäre Neu wahrscheinlich hier. Aber das Symbol ist sehr ähnlich. Es gibt hier irgendwo den Knopf Neu. Und da kann ich jetzt eben eingeben, was für ein Betriebssystem ich haben möchte. Ich möchte zum Beispiel ein Linux Mint installieren. Und ihr seht schon, im Hintergrund hat die Software von VirtualBox daraus geschlossen. Wenn die Maschine Linux Mint heißt, dann wird es wohl ein Linux sein und ein Ubuntu 32 Bit. Wahrscheinlich, weil ich hier eine 32 Bit Grundmaschine habe. Da müsste man natürlich normalerweise 64 Bit machen. Die empfohlenen Größen, die VirtualBox hier vorschlägt, sind in der Regel schrecklich. In dem Fall habe ich aber gar nicht so viel Spielraum, weil die virtuelle Maschine ja nur 4 GB RAM hat. Aber ich kann trotzdem zumindest hier bis zu dem orangenen Bereich Speicher hinzugeben. Aber wir befinden uns ja gerade sowieso schon in einer virtuellen Maschine, die eben etwas schwachbrüstiger ist. Normalerweise hättet ihr ja 8 oder 16 GB und da könnt ihr dann der virtuellen Maschine schon ordentlich was geben. Festblatterzeugung, ja klar. VDI ist vollkommen in Ordnung. Dynamisch, dass es eben nur den Platz belegt, was da wirklich an Dateien drin liegt. Tja, und die Größe, die ist halt auch wieder hier ein Witz. 10 GB, das reicht nicht für die Linux mit Grundinstallation. Also ich würde da schon so auf 20, 30 gehen. 20 wird wahrscheinlich reichen, wenn ihr die Daten in einen Shared Folder, also in einen gemeinsamen Ordner auslagert. Wenn ihr viele Daten drin haben wollt, entsprechend mehr. Aber ich denke mal 30, das wäre schon vollkommen okay. Und damit habe ich das jetzt erzeugt, aber ich sollte es deswegen, sollte es jetzt noch nicht so lassen, sondern mir nochmal ein bisschen angucken, was da denn überhaupt erzeugt wurde. Möchte ich denn nämlich eine gemeinsame Zwischenablage zwischen dem Grundsystem und meinem Gastsystem? Möchte ich Dateien hin und her schicken? Also hin und her kopieren können? Oder vielleicht auch nur in eine Richtung? Genau dasselbe hier. Wenn ich Bidirektional mache, habe ich Drag & Drop und habe gemeinsame Zwischenablage. Wenn ich jetzt auf der Maschine, sag ich mal, Viren untersuchen würde oder so, würde ich sowas gerne abschalten. Alle Ausbruchsmöglichkeiten einfach zumachen. Aber wenn ihr so eine virtuelle Maschine nutzt, um einfach damit Recherchen zu machen oder so, würde ich jetzt das ein bisschen entspannter sehen. Kommt natürlich auch darauf an, wo ihr recherchiert oder was ihr macht. Hauptspeicher, eben hatten wir ja vorhin schon. Solange es grün ist, ist es okay. Prozessor, wie viele Kerne möchte ich ihm denn geben? Soll er zwei, drei, vier, fünf, sechs, wie viele Kerne soll er haben? Das beeinflusst natürlich auch die Geschwindigkeit. Dann der Grafikspeicher, der ist auch immer gnadenlos zu niedrig bemessen. Also da kann man ruhig mal ein bisschen was hergeben. Das stört überhaupt nicht. Die genauen Werte kann ich euch halt nicht sagen, weil es hängt ja davon ab, was ihr bei euch auf eurem Grundsystem habt. Audio brauche ich meistens nicht. Netzwerk ist noch interessant. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich von der virtuellen Maschine ins Netz gehe. NAT reicht, wenn ich nur ins Internet rein möchte und mir irgendwelche Sachen ansurfen möchte. Wenn diese virtuelle Maschine aber erreichbar sein soll, dass ich mich vielleicht mit SSH drauf verbinden möchte oder so, dann geht das halt nicht mehr. Da hat VirtualBox hier auch eine Beschreibung, wo sie eben sagen, okay, welchen Netzwerk-Modi haben sie und welches Netzwerk könnte das? Und dann sieht man halt hier, Host-Only wäre halt, dass alle virtuellen Maschinen unter Host sich miteinander unterhalten können. Und Bridged wäre eben etwas, das praktisch ja eigentlich alles geht, also dass die virtuelle Maschine auch aus dem Netz erreichbar ist. Und bei NAT kann eben zum Beispiel, können sich zwei VMs nicht miteinander unterhalten und es ist auch nur ein Port-Vorwort eingerichtet, also man hat gar keine richtige IP-Adresse bekommen. Was ihr da braucht, das müsst ihr dann natürlich selber entscheiden. In der Regel reicht NAT, aber ihr solltet halt wissen, okay, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Serielle Schnittstellen nutze ich normalerweise nicht. Die USB-Unterstützung ist nur 1.1, also sehr langsam, deswegen nutze ich das eigentlich auch nicht. Da kann man auch Erweiterungen von VirtualBox herunterladen und die liegen dann nicht mehr unter der GPL V2, sondern die sind unter der Puel und da muss man dann halt genau schauen, ob unter welchen Bedingungen und gegebenenfalls gegen Geld man die nutzen kann. Aber ich brauche sie eigentlich nicht, denn ich nutze für den gemeinsamen Ordner und da kann ich einfach hier auf dieses Plus-Symbol gehen, Ordnerpfad. Jetzt wähle ich mich hier irgendwas aus, zum Beispiel den Dokumente-Ordner, kann aber auch einen Ordner anlegen und kann jetzt sagen, sollte er nur lesbar sein oder sollen beide Seiten drauf schreiben können. Ich möchte normalerweise, dass beide Seiten drauf schreiben können und er soll automatisch eingebunden werden und den Einbindepunkt, den lasse ich hier auf dem System verwalten. Und dieser Ordner, der steht jetzt halt in der virtuellen Maschine und im Grundsystem, im Basissystem zur Verfügung und ich kann von beiden Seiten diese Dokumente oder was auch immer bearbeiten. Und das macht es dann recht komfortabel mit virtuellen Maschinen zu arbeiten. Achso, diese Fehlermeldung habe ich jetzt nur, weil ich in einer virtuellen Maschine eine virtuellen Maschine erstellen möchte. Das hat nichts zu bedeuten. Okay. Und wenn ich jetzt diese Einstellungen durch habe, also dann würde ich jetzt hier auf Okay klicken. Das lässt er mich jetzt nicht machen, weil er der Meinung ist, dass ich das nicht machen darf, wo er ja auch recht hat. Und wenn ich jetzt hier fertig wäre, dann würde man eben starten. Aber das zeige ich euch mal dann in einem anderen Video. So, das war es dann von mir. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.